Es sind die letzten Tage eines Seins, das sinnlos war. Stand es auch niemals je zur Frage, stellt es sich jetzt deutlich dar. Eine Spezies, die vergeht und die ganze Welt mit ihr, weil im Kriege nur besteht, was so sehr voll Hass und Gier. Ein Planet, verbrennt im Feuer, in Blut und Tränen alles stirbt, der Mensch ein Ungeheuer, alle Schönheit stets verdirbt. Es bleibt nur kalter Stein, und auf ewig leerem Raum, vorbei ist unser Sein, wie ein grauenhafter Traum. Untertitelung des ZDF, 2020